Willkommen zurück zu einer neuen Folge Commander Conker an am Stufe Rot. So, wir können wieder eine Mission auswählen. Ich hab bloß keine Ahnung. Gehen wir die Linke an. Die alte Regierung ist aus der Hauptstadt geflohen und versteckt sich im Exil. Die Informationen aus den besetzten Athen sind mager, aber es kann nicht bezweifelt werden, dass die sowjetischen Streitkräfte inzwischen alle Gefechtszonen in der Umgebung der Hauptstadt kontrollieren. Doch trotz mehrfacher Abmahnung durch die UN kämpfen die sowjetischen Cyborgs auch in der Stadt selbst, einer zivilen Zone. Es bleibt zweifelhaft, ob die alliierten Truppen diesen Bruch des Cyborg-Kriegsvertrags stoppen können. Als Reaktion auf diesen unerhörten Akt des Terrorismus konnten die Alliierten bei den Vereinten Nationen mit 281 zu 7 Stimmen eine Resolution durchbringen, die ein beispielloses finanzielles Unterstützungsprogramm für ihre Militärausgaben bewilligt. Dieses neue Mandat zieht die Gründung einer globalen Defensivinitiative vor, die mit Truppenteilen aus verschiedenen Nationen den internationalen Terrorismus bekämpfen soll. Klingt übel, nicht wahr? Tja, ist es ja auch. Aber Stalin hat gerade sein Todesurteil unterschrieben. Denn zumindest hilft er uns dadurch, den Rest der Welt gegen ihn zusammenzuschweißen. Ja, wir haben Griechenland verloren. Aber wir sind noch nicht aus dem Rennen. Stalin glaubt das vielleicht. Aber solange wir noch auf Kommandeure wie Sie zählen können, werden wir diesen Krieg gewinnen. Mein alter Freund... Tanjas Begleitseilbox endet. Sie hat etwas gefunden. Aber russische Sicherheitskräfte haben sie gefangen genommen. Man wird sie mit Sicherheit nach Moskau bringen. Wir müssen sie befreien. Sie hat lebenswichtige Informationen über das Projekt Eiserner Vorhang. Diese Informationen könnten den Verlauf des Krieges ändern. Er muss erst wieder einen klaren Kopf bekommen. So ist er niemandem von Nutzen. Die Sowjets halten Tanja in der Gefechtszone Grottner fest. Das Gefängnis ist zwar gut bewacht, aber ein Versorgungs-Lkw kommt mehrmals täglich aus einer nahegelegenen sowjetischen Basis rüber. Aber wenn Ihre Spione die Fabrik infiltrieren können, können Sie eventuell per Anhalter ins Gefängnis mitfahren. Sobald Sie Tanja gefunden haben, schaffen Sie sie daraus. Wie auch immer. So ein hübsches Gesicht. Wo ist Professor Einstein? Ich hatte gehofft, dass du das sagst. Ich hatte gehofft, dass du das sagst. Ich fürchte, die Nebenwirkungen sind etwas permanent. Das war der kleine Kopf. Ich habe da gehofft, dass du das sagst. Ich bin nicht soik. Okay, das war glaube ich so, dass die Wachhunde den Spion erkennen. Ich nehme mal an, ich muss in die Waffenfabrik oder wird? So, retten Sie Tanja. Ihr Spion kam mit Ausnahme von Hunden an jeder feindlichen Einheit vorbei, ohne entdeckt zu werden. Schicken Sie ihn in die Waffenfabrik in der legelegenen sowjetischen Basis, wo er einen Truck stehen und Tanja befreien kann. Schalten Sie dann mit Handelshilfe die Luftverteidigung auf der Insel aus, sodass eine Lufteinheit dort landen und Tanja retten kann. Zerstören Sie dann alle verbliebenen sowjetischen Gebäude und Einheiten. Für Königin und Vaterland unterwegs. Für Königin und Vaterland. Oh, in der Tat. Oh, in der Tat. Oh, Kacke. Oh, in der Tat. Lol. Ein Satz fehlgeschlagen. Lustig. Verstärkungen sind eingetroffen. Zeit, Lauf. Ente, Kommander. Für Königin und Vaterland. Noch 30 Minuten. Das sind doch keine 30 Minuten, so schnell wie der Timer geht. Bin bereits unterwegs. Für Königin und Vaterland. Bin bereits unterwegs. Für Königin und Vaterland. Bin bereits unterwegs. So direkt rennen. Vielleicht muss ich unten lang. Für Königin und Vaterland. Oh, in der Tat. Dafür komme ich auch nicht runter. Für Königin und Vaterland. Für Königin und Vaterland. Bin bereits unterwegs. Oh, in der Tat. Bin bereits unterwegs. Bin bereits unterwegs. Für Königin und Vaterland. Oh, in der Tat. Oh, in der Tat. Und tschüss. Einheit. Einsatz. Das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Noch 30 Minuten. Bin bereits unterwegs. Bin bereits unterwegs. Für Königin und Vaterland. Bin bereits unterwegs. Für Königin und Vaterland. So, die rennen jetzt gleich hoch. Oh, in der Tat. Oh, in der Tat. Für Königin und Vaterland. Oh, in der Tat. Für Königin und Vaterland. Bin bereits unterwegs. Für Königin und Vaterland. Bin bereits unterwegs. Schneller. Bin bereits unterwegs. Oh, in der Tat. Gebäude infiltriert. Endlich, ey. Ach du Scheiße. Ich hoffe, der Tamar ist gleich zu Ende, wenn wir die Flagge zerstört haben. Komm, Blech, bin schon da. Bin schon da. Bin schon da. Ach de dran zu kauen, wie? Willst de nachschlag, Bippchen? Komm, Blech, Bubi, tanz mal. Ach de dran zu kauen, wie? Bin schon da. Bin schon da. Komm, Blech, Bubi, tanz mal. Komm, Blech, Bubi, tanz mal. Ach de dran zu kauen, wie? Oh, shit. Ich hoffe mal, da unten. Ja, gut. Da rein. Tanja, gerettet. Alliierte Verstärkungen sind von morgen her eingetroffen. Ja, hör. Verstärkungen sind eingetroffen. Ja, Sir, in Ordnung. Ja, Sir, wohl. Ja, Sir, in Ordnung. Hä, war das nicht zweitens? Wollte ich schon sagen. In Ordnung. Ja, Sir. Jawohl. Erwartet ihr in Ordnung? Ja, Sir. Bestätigt. Ja, Sir, bestätigt. 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 Jetzt kommt der Mammut. In Ordnung. Wer ist denn eigentlich hier Mammut? Ja, Sir, bestätigt. Ja, Sir, bestätigt. In Ordnung. In Ordnung. in Ordnung bestätigt ihr Einsatzfahrzeug erwartet ihr Einsatzfahrzeug bestätigt erwartet ihr Einsatzfahrzeug melde mich in Ordnung ihr Einsatzfahrzeug bestätigt bestätigt in Ordnung erwartet ihr Bestätigt in Ordnung erwartet ihre Befehle Alter wie stark so ein einfacher MG Schütze hier ist hoffen wir mal schon Wahnsinn bestätigt Wird bearbeitet bestätigt ihr Einsatzfahrzeug ja in Ordnung ok wir sollten erstmal den Bau versuchen zu übernehmen bestätigt ja Sir in Ordnung ihr Einsatzfahrzeug in Ordnung ihr Einsatzfahrzeug bestätigt 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 ja Sir bestätigt neue Bauoption so ein Kraftwerk in Ordnung in Ordnung bestätigt konstruktion abgeschlossen neue Bauoption ja Sir bestätigt wird verarbeitet wird gebaut bestätigt sehr schön sehr schön dann würde ich die Werkstatt eigentlich noch gerne einnehmen wollen scheiße melde mich wie befohlen in Ordnung ja Sir in Ordnung ja Sir ihr Einsatzfahrzeug bestätigt dann repariere ich mal was hier bestätigt wird repariert erwartet wird gebaut unser Stützpunkt wird angegriffen mit Ordnung konstruktion abgeschlossen neue Bauoption so Ubud Ubud achso stimmt wir haben das übernommen die Frage ist bringt mir das was wird gebaut konstruktion abgeschlossen einheit bereit wird gebaut Problem ist ja ach na da haben wir auch noch ein bisschen was Moment ich hätte gerne Luftangriffe das wäre schön Konstruktion abgeschlossen neue Bauoption Einheit bereit wird gebaut wird gebaut konstruktion abgeschlossen neue Bauoption Wird Wird gebaut Wird gebaut Wird gebaut Wird gebaut Wird gebaut Konstruktion abgeschlossen Wird Einheit bereit Einheit bereit Wird gebaut Wird gebaut Wird gebaut Wird abgeschlossen Wird abgeschlossen Wird abgeschlossen Wird in Ordnung in Ordnung in Ordnung in Ordnung in Ordnung in Ordnung Konstruktion abgeschlossen bestätigt Einheit verloren Das gibt's doch gar nicht Bestätigt Wieso sind deren Panzer so viel stärker Kann ich irgendwelche Abwehrdinger bauen auch nicht Alter leck mich doch am Arsch Wird gebaut Wird gebaut Ja Sir Bestätigt Ihr Einsatzfahrzeug Ja Sir Ja Sir Bestätigt Wird gebaut Ja Sir Ja Sir Erwarte Ihre Befehle Alter Welter Die gehen mir ja dezent auf den Sack Einheit bereit Welte mich wie befohlen Wird gebaut Wird gebaut Wird gebaut Wird gebaut Wird ausgerückt Wird ausgerückt Wird ausgerückt Wird ausgerückt Einheit verloren Ja Sir Einheit verloren Wird gebaut Wird gebaut Wird gebaut Wird gebaut fehlt mir wohl noch ein bisschen Werte Wird abgeschlossen Wird abgeschlossen Neue Bauoption Einheit bereit Ja Sir Bestätigt Wird gebaut Wird gebaut Ja Sir Meldet mich wie befohlen Bestätigt In Ordnung Prrrrrrrrrr Konstruktion abgeschlossen. So, wo ist denn die Kaserne da? Ja, Sir. Ja, Sir. In Ordnung. Wird gebaut. Ja, Sir. Konstruktion abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Ah. Aber auch nur den Flammenturm, so wie es aussieht, ne? Ja, Sir. Bestätigt. In Ordnung. Ja, Sir. Wird gebaut. Hier, Einsatzfahrzeug. In Ordnung. Konstruktion abgeschlossen. Einheit bereit. Wird gebaut. Ja, Sir. Mann, die brauchen noch ewig zum... Auf... Einheit verloren. Laden. Erwarte Ihre Befehle. In Ordnung. Einheit verloren. Bestätigt. Ja, Sir. Bestätigt. Ja, Sir. In Ordnung. In Ordnung. Bestätigt. Bestätigt. Ihr Einsatzfahrzeug. In Ordnung. Noch mehr. Ja, Sir. Wird repariert. Bestätigt. Ja, Sir. Wir brauchen Silos. Ja, Sir. In Ordnung. Wird gebaut. In Ordnung. Wir brauchen Silos. In Ordnung. Ja, dann baue ich halt Silos. Wird gebaut. In Ordnung. Ja, Sir. Konstruktion abgeschlossen. Wird gebaut. Ja, Sir. In Ordnung. Konstruktion abgeschlossen. Hier, Einsatzfahrzeug. Bestätigt. Einheit bereit. Wird gebaut. Wird beschädigt. Leckomio. Gut, dann würde ich sagen, machen wir so erstmal ein Folgenpäuschen und dann versuchen wir mal... Ja, Sir. ...in der nächsten Folge einen Gegenangriff zu starten. Dann wäre auch mal schön, ne? Und dann werde ich auch definitiv wieder auf leicht spielen. Das ist mir nicht zu stressig, ey. Jut, spitze bedanke mich. Bis denn, ey.